Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir sind mit dem Doktor unterwegs. Wir haben Überladen, beobachten und zuschlagen, den Schlamping-Schlachter und die Spione des Schattens dabei. Wir haben den ersten Disconnect, alles klar. Da fängt das Spiel doch schon mal gut an. Da hinten ist jemand. Oh Mann. Hallöchen. Oh komm schon. Ich dein Ernst, Rudolf. Ich habe einen Elton drauf, dass man sieht, der Schock hier wirkt und einen Elton wieder größer ist. Die Arbeiten hier gut dran. Ich lasse ihn jetzt aber auch mal machen. Na komm her, du. Erste Person kommt an den Hafen. So. Schauen wir mal, welche Richtung die weggelangt sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die anderen in den Schrank gesprungen sind. Da ist sie. Da ist sie. Okay, die eine wurde gerettet. Wieder umgedreht. Ja. Hier läuft sie. So, da haben wir sie auch schon. Erster Held ist drauf. Ich würde sie halt gerne, wenn wir sie schon auch noch treffen. Er hat die Balance dabei. So, der ist da um. Dann kommst du jetzt mit. Na, der ist da. Da muss ich nämlich den Keller. So, meine Jäger. Hier ist ein Haken. Immer mal, wo der Rest ist. Haben sie alle aufgeschrien? Alles klar. Dann gehe ich hier nach oben. Ich mache hier jetzt auf. Hallo. Ach, das war ein Böller. Ja, ich bin hinter dir. Du kannst ruhig weiterlaufen. Andere wurde gerettet. Oh, ich bin hinter dir. Dass ich sie mit dem Schock nicht treffe, ist sie nämlich gerade im Gefühl. Das gibt's doch nicht. Mädchen, wo willst du denn hin? Ja, das ist jetzt hier die Palette. Alles klar. Mal weg. Laufen weiter im Kreis. Adam nehmen. Alles klar. Das zieht aber nur einmal. Sie ist da und alles klar. Bieten wurden schon vorgekert. Zwei müssen sie noch machen. Da hat's auch schon gebracht. Da kommt jemand zu Hilfe. Kommt schon. Das ist nicht dein Ernst, Feng, oder? Das ist nicht dein Ernst, Feng, oder? Das ist ja auch so schön. Und dann hat's auch schon mal starten. Das ist ja auch so schön. Das ist ja auch so schön in alle Paletten. Äh, du hast die Blätten vergessen. Das ist doch die Survivor-Regel Nummer 1. Okay, den zieht sie auch weg. Das freut mich. Haben wir jetzt jetzt einen Fehler gemacht, glaube ich. Ja. Das hat sie. Das heißt, auch sie kommt in den Keller, ein General. Nee, nee. Malin, ihr seid alle verletzt. Ihr seid doch alle verletzt. Wo seid ihr denn jetzt hin? Hör, tue ich sie nicht. Okay, die eine ist hochgeheilt. Da ist denn noch dort hinten? Das sind die Gents. Wird aber nicht dran gearbeitet, das sind sie. Ähm, ihr wisst aber schon, dass euer Kollege im Keller hängt. Ich hoffe, die andere geht nicht retten. Alles klar. Hinten ist sie lang. Ja, das war ein Fehler. Okay. Müssen wir eigentlich nur noch die Fang erwischen. Wo ist sie denn? Im Keller. Nicht dein Ernst. Okay. Ich kann die noch jammern hören. Wie kannst du messern? Soundbuck. Soundbuck. Alles klar. Wohlt die jetzt die Merke vom Haken oder nicht? Sieht irgendwie nicht so aus. Kämmt die die Luke? Das ist die Frage. Ist die Luke? Ich hatte die noch gar nicht gesehen. Ach, nee, sie holte doch runter. Keine Angst, ich will dich. Aber jetzt hab ich dich. Ach, schade. Ne, das geht's nicht. Aber jetzt hab ich dich. Hm, das ist sehr gut, dass du da gemacht hast. Wenn du mir da in die Arme springst. Ich hab hier den Keller in der Nähe. Darfst du hier runter? Wo hat sich jetzt die Mech verkrochen? Das ist jetzt eine gute Frage. Keine Ahnung, ob die noch retten geht oder nicht. Ja, die geht wirklich noch retten. Was für ein Maid. Bin beeindruckt. Bin wirklich beeindruckt. Beide sind verletzt. Da hinten schreit sie. So, die kam ja gerade vom Haken. Das ist nur sie. Okay, keine Ahnung, wo die Mech ist. Läuft sie in der Killerhütte? Ja. Ist weitergelaufen. Alles klar. So. Sorry. Ich hab leider die andere nicht gesehen. Strike. Alles klar. Bitte gut gemacht. Die Mech ist leider zu weit weg. Tut mir leid, meine Liebe. Adem nehmen. Bringt dir jetzt aber nicht rasend viel, ne? So, Haken haben wir hier. Jetzt würde mich noch interessieren. Wo denn die letzte ist. Oder wo hier die Luke ist. Okay, da hinten hat es gekragt. Hast du jetzt einen Fehler gemacht oder war das Absicht? Ich glaub, die hat einen Fehler gemacht. Die wollte das nicht. Oh, da wär die Luke gewesen. Tut mir leid, meine Liebe. Ist da oben. Ja, dann haben wir das ganze Team ausgelöscht. Ist natürlich ein bisschen bitter mit dem Disconnect am Anfang. Haben sie es natürlich ein Stück schwerer. Aber ich glaube, dass ich fair gespielt habe. Dass sie eine gute Chance hatten. Sie sind noch weit gekommen. Einen Gen hätten sie noch machen müssen. Pipanga bekommen. Die Ringe. Geburtstagstaschenlampen. Also die spielen schon. Etwas länger, würde ich jetzt sagen. Haben sich gut geschlagen. Ich hoffe, euch hat die Runde auch gefallen. Zeigt es mir gerne. Lasst einen Daumen nach oben. Oder schreibt mir einen Kommentar. Lasst vielleicht ein Abo da. Ich freue mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.